Dann riech die Ach Astan das. Machen wir trotzdem 1. Messie zu? Ok. Ja. Zumindest bin ich da auch so, weil ich hab mich auch auf dem Messie schon angestellt. Ja genau. Machen wir ja. Wenn wir diese Kirschblüten am Heck vorbei reiten gehen. Ah hab ich sogar beide Kronen. Und das ist noch ein grüner Vogel. Wirebug. Zack. Und noch ein roter Wirebug. Zack. Und ein Angerspuff. Let's go. Ja, was auch noch gut da? Nein. was hat er denn gesagt konnichi war er sagt doch nicht über der hat geschrien und da irgendwas gesagt dann wird so einfach eine ich war überfordert ist auf einmal von mir was nein gesagt und nachdem es geschrien hat und normalerweise sagt es immer wenn man was sagt aber niemand hat das gesagt außer das monster aber ich habe keine ahnung was gesagt es hat ein geschehen aber wenn du es verstanden hast erzählen uns mehr davon ich weine gleich waren das etwa starf argumente okay Mann, ey, dieses Kack rumrutscht, ey. Oh, jetzt. Ich bin mal ein Reiniger, ey. Mann, leck mich doch, ey. Hallo. Language. So, weil. Ich will einfach nur in Ruhe hier meinen Reiniger nutzen und so, ey. Mich heilen und so, scheiß, ey. Oh, er wird nicht gestiegen. Fangen wir, wo will das ja nicht. Mann, ey. Ich steu mich gleich stumm. Oh, shit, ähm, 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 bei drei war das, ne? Bei den sieben sieben, genau. Ja, genau. Vögel kann ich aber nicht einsammeln, ne? Für das, ne? Batman! Batman! Das ist ein Käfer. So, jetzt fahrts aus dem Marufa. Äh, wo sind denn die anderen? Der kann, äh, falls, äh, der Kirby weiß das bestimmt. Dann kann ich, äh, damit die vorbereitet sind. Weil, ich weiß nicht, ob Kirby das vielleicht. Zwölf. Ah, okay. Ah, ich erinnere mich. Ja, doch, da haben wir ja Magnamalo zwischendurch gegengeclatscht, ne? Mhm. Fangbar. Fangbar. Jo. Äh, als nächstes Astellas? Als nächstes Astellas. Ah, schon bei Waffen wird's ja, ne? Äh, ja, genau. Astellas? Oder? Astellas. Naja, Astellas, aber müssen wir noch mal sitzen, doch, doch, müssen wir. Ja, Donner, einmal, einmal, Donner ist doof. Ja, was hat er besser? Macht mir Schaden auf den Schwanz. Ach, nicht viel mehr, aber... Naja, also, ich mach's ja bei sowieso am meisten Schaden von Vorher. Vorher geht auch. Naja, aber macht irgendwie weniger. Ne, ne, ist eigentlich alles gleich, außer das am, äh, was er fünf Schaden mehr macht. Also, äh, ja doch, also. Äh... Äh... ...schnell was essen. Oh, was? Oh, ich kann da unten noch mal kurz rumgehen, ne? Wow, da bin ich! Oh, ich muss wieder switchen. Und wer benutzt eigentlich von euch, äh, noch den Wechsel? Oder benutzt ihr den gar nicht mehr? Welcher Einzelke, der das nutzt? Äh, was für den wechseln? Äh, dieser, äh, Switch-Skill. Achso, nutze ich. Nutze ich. Echt? Okay. Naja, ich auch. Ja, je nachdem, wie Karoffen und Sack rauskommen, kann das der ein oder andere Seite für andere sprechen. Ja. Also, am Anfang nutze ich halt den ersten sehr gerne, weil ich da meine Schwertstufestelle erhöhen kann. Und dann den, äh, den zweiten dann. Weil ich da dann immer, wenn ich den stärksten Angriff mache, dann eine Stufe verliere. Ja, das ist ja auch schon. Ja, vom Modus her haben die bei Mega tatsächlich keinen Unterschied. Also bei mir machen wir die ja nicht vom Unterschied. Also bei mir die ja nicht vom Unterschied. Also bei mir die ja nicht, wenn man es vor sich finden kann. Ah, ja. Ja. Hermannit! Sehr schön. Dann, aufzuziehen. Äh, da. Wo haben wir die Teil, dass da ist? Und da, okay. Bug! Und... BAM! Und... BAM! Und... Finishing! Fertality! Oh, mein Gott. Und... Fertality! Das war eine Stand Beh�ung. Oh... Oh. Das war's. Oh klar, er hat wieder hingefallen. War der gerade ab? Ich will lassen. Ich bin jetzt ein Waldkrieg da. ich brauche das ich brauche das ich brauche ich brauche doch aber egal ich dachte wir müssen jetzt noch zum dritten ja ja weil wir eben drei gemacht ja das stimmt das stimmt ich glaube ich bin wechselt äh wechselt nicht verwendet den nicht eigentlich würde ich sagen verwendet nicht hast du gerade was eingeschüttet ja ich weiß ja